Verkehrsregeln. Darf man rechts überholen? Es gibt zahlreiche Verkehrsmythen, die sich hartnäckig halten. Doch nicht alle stimmen auch. Ist Rechtsüberholen immer verboten? Wir klären auf. Grundsätzlich gilt die Regel, dass nur links überholt werden darf. Doch es gibt auch Ausnahmen. So ist zum Beispiel in Städten auf Mehrspurigen wegen das Rechtsüberholen gestattet. Auch bei Autobahnstaus oder bei Verkehrsgeschwindigkeiten bis 80 kmh kann man rechts vorbeifahren, solange man nicht mehr als 20 kmh schneller als der linke Verkehr ist. Zudem ist das Fahren auf der Mittelspur auf Autobahnen mit mindestens drei Spuren erlaubt. Auch dann, wenn nur gelegentlich Autos auf der rechten Spur unterwegs sind. Den Standstreifen dürfen Sie bei Stau jedoch nicht befahren. Es sei denn, die Benutzung wird ausdrücklich erlaubt. Ansonsten ist die Spurpannenfahrzeugen vorbehalten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.